Hallo Ich bin Marcel Davies Seit 16 Jahren arbeite ich bei Telekom Ich war dabei, als wir als erste kostenlostig WLAN angeboten haben Oder als wir die Flatrate für alle unbezahlbar machten Für Telefon und Internet und iPod Re Aber die neueste Innovation von Telekom, die sehen Sie hier Ab sofort werden sich mein Team und ich persönlich um Ihre Fragen kümmern Halt, Stopp! Am ich denn auch für die Maschinenlöse, Schien um mich noch schießen Ab sofort werden sich mein Marcel Davies und Marcel Davies und Telekom und Marcel Davies und 1 und 1 und Massen Davies und Snack-Sna und ich nicht um Ihre Fragen kümmern Du U-U-U-N-D-S-T-I-S-T-I-S-U-F-R-E-G-E-L-L-L Jetzt einsteigen bei TDSL Infos in Ihrem P-Punkt